Willkommen zu einer weiteren Folge Rats ist der Dicke Pokémon Go auf meinem Kanal und wir wollen heute wieder eine Gen 4 Entwicklung machen alles aufgeteilt in separate kleine Videos um euch richtig zu nerven und wie lange hat es gedauert bis ich endlich mal ein Riolu ein Riolu bekommen habe der weiß nicht mal was das ist das soll ein gutes Kampf Pokémon sein sollte eigentlich Macho Mai Konkurrenz machen dann im Endeffekt doch nicht du siehst es trappelt schon mit seinem Fuß auf dem Boden rum braucht auch nur 50 für die Entwicklung ist also so wie Makuhita und Ariyama drücken jetzt mal hier drauf das will die Macht an sich reißen das werden wir jetzt auch mal entwickeln für 50 Bonbons das habe ich ewig gesucht kommt ja aus einem 10 Kilometer Ei mittlerweile kommt es auch aus 7 Kilometer Eiern jetzt wo sie die neuen Babys und alles da reingepflanzt haben und das ist mein erstes was ich bekommen habe nach 1000 Jahren Suche neuer Pokédex Eintrag natürlich so bitteschön ein Lucario und das macht dann hmmm Kamehameha guck habt ihr auch schon ein Lucario dann schreibt es mal in die Kommentare und wenn ihr keins habt schreibt es auch da drunter genau und richtig cool natürlich es ist ein Kampf Pokémon hat noch Typ Stahl aber kann Spukball und Spukball ja richtig geniale Attacke richtig heftig das knallt immer rein und deswegen gönnt euch Lucario mit Spukball wenn ihr keinen Mewtwo mit Spukball habt das war es aber von meiner Seite aus wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin Peace out Vorhaut euer Ramses euer Ramses